Ich sollte den Generator anwerfen, um das Badmobil aus dem GCPD zu bringen. Heimat getapfen an Frauen und Männer Gotham. Ein Leuchtfeuer der Hoffnung in einer Stadt. Voller Chaos und Verzweiflung. Seht zu, wie ich es auslösche. Und damit das Leben an... Der Generator wurde zerstört. Verflucht! Okay, es gibt ein Notstromaggregat in der Tiefgarage, aber das hätte schon starten sollen. Auf dem Weg. Der Eingang zur Tiefgarage steht anscheinend offen. Du kannst den Generator von da aus erreichen. Oh, 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 oh. 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 Ups. Na dann blenden wir es doch einfach nur. so Ja, er hat keine Chance. Wir machen dich fast nicht besser. Geht hinten rum. Ich kann den Notfallgenerator anwerfen und damit diese Tür präsentieren. Oracle, der Notfallgenerator ist in Betrieb. Gut, holen wir dich da mal raus. Begib dich zum Wagen, ich werde... Was? Unmöglich! Was ist los? Eine Schwachstelle im Netzwerk der Miliz. Idioten. Ich glaube, ich kann ihre Drohnen übernehmen. Gut, bereite dich auf einen Kampf vor. Bereit, Batman? Bereit, Oracle. Ich werde an deiner Seite kämpfen. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Beenden wir es. Auch für den Krieg. Verbündete werden angegriffen. Ich habe einen Panzer. Dornflankierung initiiert. Twin Rattler getroffen. Beginne mit dem Hacker. Dragon zerstört. Übernahmeprotokoll wird ausgehört. Hey! Mehrere Angriffe! Dorn noch! Wir sind für sowas nicht ausgerüstet, Herr. Die Panzer explodieren! IMP-Schläge! Ich hecke das Ziel. Ich hecke die Drohne. Redner zerstört! Hat eine Drohne verloren. Batman, ich habe die Energiezellen des Panzers überladen. Bei Beschuss wird eine EMP ausgelöst. Hat eine Mamba Drohne verloren. Er hat eine Twin Rattler abgeschossen. Ich hecke das Ziel. Haben Sie Angst, Scarecrow? Oh. Mama. Was hält ich euch? Jetzt, Oracle. Copy. Oracle! Die Betagung ist unterwegs. Haltet durch! Oh, wieso drücke ich denn immer die Alt-4 statt Alt-3? Alt-3 ist Boden ausschalten, Alt-4 ist einfach nur Stromladung. Okay, ihr wechselt jetzt oder was? Du bist nicht der Einzige mit Hightech-Wüster. Äh. Ein Helm mal aus. Du wirst gleich flogen. Wiederbelebung läuft. Die Betagung ist weg. Oh, Waffenwechsel. Das wird ein Rieserschock. Oh, ich weiß nur die Idee. Oh, Oracle. Jetzt. Ich schneide dich in Scheiben. So wird das. Ah! 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 Es ist Spaß, machen dich fertig zu machen Batman! Ah! klingeln ist grausam ok man kann auch nicht springen die mediziner seite doch kacke ja 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 Oh, 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 oh. Ich habe ihn. Batman. Hier warten viele Leute darauf, dir zu danken. Euch beiden. Und ich bin einer davon. Sah echt übel aus. Danke, Aaron. Aber das ist doch nicht... Oh Gott. Was ist los? Ich glaube, Scarecrow ist im Filmstudio. Dads Stimme wurde benutzt, um hineinzugelangen. Besorgt die Überwachungsdaten. Habe es versucht. Und ich kann Robin nicht erreichen. Er war doch da, oder? Keine Sorge, Oracle. Bin auf dem Weg. Oh ja, und wir haben Robin weggesperrt. Oh, und sie haben aufgerüstet. Okay. Die letzten Wachtürme sind da. Und Sprengsätze drei. Sollten vier sein. Und dann korrektären fehlen eigentlich noch drei. Aber vielleicht kommen die durch Riddler-Trophäen. Gut. Eins, zwei, drei... Ja, vier. Okay. Der Neid kriegt eine zweite Chance, die Fledermaus zu killen und schafft es nicht. Und ich habe diesen Kerl mal bewundert. Was war das? Oh, Mann. Der klärst mir nochmal. Scarecrow's Gas wurde von einer Riesenpflanze aufgesaugt. Oh. Wir haben nichts für ihn tun. Wir verteilen uns und nehmen Rad. Bleibt wachsam. Haltet die Waffen schussbereit. Er darf nicht zuschlagen. Ah, ich kann ihn nur teilweise orten. Aber ich kann ihn orten. Vielleicht ein Mann am Boden. Durchsucht die Gegend. Findet ihn. Nein! Das war's.